was mal was mal dein der hat keinem der hat einfach nur glück alter also ich bin selbst knappe kiste andere seite sind so aber kommen alter ein millimeter macht halt nur schaden alter ich habe keine munition mehr das wäre cool weil dann habe ich wenigstens eine fernkampfwaffe wenn du sie nicht brauchst vor allem die fernkampf munition 9 mm siehst du laufen hat sich glaube ich hingelegt was denn 240 war auf jeden fall gerade der hüfte aus dem gebäude ein hat wieder eine weste an sind wieder hinterm gebäude hinterm gebäude oben neben dem gebäude schießen auf mich da kommt noch einer gebäude rein wenn du den geben kannst dann gib den weiter hinter uns ja ach ich habe auf die geschossen ey das bin ich er ist down ne ich glaube sein matt ist irgendwie unten ja er ist hier bei mir der andere daneben gehauen jod hast du ihn ja nice ne da ist noch einer bei mir am stein war einer raus, 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 du stirbst du bist tot nice nice ja bei den mauerbruchstücken da ähm siehst du wo ich hinschieße da wo die smoke ist in die richtung hm habe ich gerade nicht gesehen ich dachte ja ok ich habe einen von denen der euch lenken heute gerade anledigt ach komm geh in deckung geh in deckung geh in deckung hier sind schon wieder drei mann hinter mir vor mir hier drin tun jaja mir liegen hier keine waffen ein bisschen leer wo ist er manu komm mal in meine richtung kein gefühl ey wie ein panzer habe ich ne hat er einen hat er keinen nutzer mehr ne das gibt's ne das gibt's ne 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 hast du gemacht nein ich bin dann rumgegeben gedacht ich dachte ich kann drum rum gehen vorratslieferung unterwegs oh oh das haben wir nicht wir müssen nicht noch einmal treffen jetzt habe ich schon wieder keine ja same hier von wo denn nein wo stehen die uns ne ne die laufen noch einer auf dem dach oben ja schieß doch bitte um die ecke rum was ist mit dir halt euch nochmal hoch wenn du gern jo mach ich ach stimmt ich habe ja nischt ja weiterer kollaps erwartet begebt euch zur angezeigten sicherheitszone ich habe keine heilung gar nichts du hast auch nischt ne hast du noch irgendwelche päckchen oder so dann schießt einfach in die zone rein ja ich habe noch genau zwei und einer links und die 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 war sicher genau genau und war das nur dass mein mitspieler jetzt seine multiplayer-runde fertig macht und dann da hatten wir in die black ops runde da läuft hier einer mit der mit dem dark matter hier ist doch einer vor mir gelandet kann sein dass die mich gleich pushen hat schon bei mir ein ja ich auch hab ihn ich habe keine waffe oder was lassen knüppeln haben wir ja pass auf es gibt auch team attack nicht dass man sich gegenseitig schnauze einschlagen du hast ja doch beide bekommen hier liegt eine axt drin ich bin fast tot als ob er noch lebt hat einer sniper drüben ich habe einen genockt aber er ist nicht tot ich habe zwei ja ich habe ein team genockt der eine hatte keine waffe achtung weiterer kollaps erwartet zu viel sicherheitszonen auf und das direkt danach gestorben hat er hat mich wieder direkt genockt und ausgegeben weiter hier bei mir gegner weiter richtung norden potenzieller und und dann hört ihr jetzt glaube ich ich höre die schritte halt lauter alter hat mich direkt ausgenockt alter body shot direkt tot hör die schüsse als werden sie genau neben mir im südwesten südwesten ohja ganz close ist down hast du schon ein paar trappe abbekommen ist down ist down der war alone der war alone der wirft direkt auf die baustelle das per care package ab ich raste aus okay weckle am hang ich setze mich hier rein und hoffe dass es passt dass ich zuerst sterbe ich habe gerade eine böse für einen hubschrauber gehalten hehehe geil jetzt zählt es manu Achtung weiterer kollaps erwartet sucht die sicherheitszone auf du kannst auch hier auf meine seite kommen da ist das gras grüner okay ich sehe zwei mann komm auf dich zu einer kommt wahrscheinlich links einer ist noch in den roten container es kommt direkt einer hinter mir es gibt es einfach nicht ey wo kommt er her ich habe 5000 mal geguckt bei dir ist einer drin im schlafzimmer hinten im raum schönes ding noch ein auto oh ich habe ihn ausgenockt ja wir müssen sowieso ran weiterer kollaps erwartet geht euch zur angezeigten sicherheitszone alter das kann doch nicht wahr sein wie kann man denn 15 km eine cluster net schmeißen halt mal stehen er ist unter uns ist down anlage bericht möglicher kollaps entdeckt der umzug in die sicherheitszone empfohlen wo sein mate ist hier und er gibt mich das kann wieder nicht sein das ist nicht möglich alles klar ein bisschen mehr shots noch fressen bitte und nicht umfallen einer vorne an der tür und einer hinten an der ecke kaufstros in sicherheit begeben ey ich lieg safe es ist nicht zu fassen nicht zu fassen pushen echt ne passt aus einer ist durch die tür schon einer ist durch die tür ne der andere Junge Jo, ich werde beschossen von Süden Wo sind sie denn? Ah Ja, ich glopfe kurz davor Oh Mann, ich schieße echt schlecht Ich werde nicht sagen, es liegt an meinem Frauencharakter wenn ich mich auf die Fresse habe Oh, ich habe einen gesungen Einen angezündet Morgan, hast du einen genockt? Ey, es gibt's nicht Hey Wiss ich, wie krass die Verzögerung aufs Twitch ist Ja, paar Sekunden wird es schon sein, aber Ja, das ist gut Der hat mich Alter Das glaube ich nicht, ne? Diese scheiß Burstwaffe Und der muss auch noch nachladen Und die Waffe macht Keine verfickten Schaden Ey Die Ausladung Die Ausladung